Bundeskanzler Olaf Scholz hat durch seine politischen Entscheidungen und Manöver Zweifel an seiner Verpflichtung zum Rechtsstaat aufkommen lassen, so Journalist Gabor Steingart. Mehrere Vorfälle, darunter das umstrittene Heizungsgesetz, hätten die Kritik an seiner Regierungsführung verstärkt. Die wiederholten Eingriffe des Bundesverfassungsgerichts in die Politik der Ampelkoalition würden die Spannungen zwischen Scholz' öffentlichem Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit und seinen tatsächlichen Handlungen unterstreichen. Das Bundesverfassungsgericht musste mehrfach eingreifen, um verfassungswidrige Entscheidungen zu korrigieren. Beispiele dafür sind die Umverteilung von Mitteln aus Schattenhaushalten und die Einschränkung der Redefreiheit der Abgeordneten zum Heizungsgesetz. Laut Steingart sind besonders die Versuche der Regierung, durch die Verkleinerung des Bundestages die CSU zu benachteiligen, beunruhigend. Auch Scholz' Rolle im Cum-Ex-Skandal wäre ungeklärt. Seine mögliche Beteiligung soll durch einen Untersuchungsausschuss geklärt werden. Ein weiterer Skandal entstand, als Scholz den Generalbundesanwalt anwies einen verurteilten Mörder nach Russland zu überstellen. Dies würde das Prinzip des Rechtsstaats untergraben. Diese Handlungen hätten laut Steingart das Vertrauen der Bürger in die Regierung stark erschüttert.